Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Video würde ich dir gerne zeigen, wie du deine erste profitable Kindle-Idee finden kannst und vor allen Dingen eine Idee findest, die dir hoffentlich bis zu, wenn nicht sogar mehr als 1000 Euro im Monat macht. Ich möchte dir hier in diesem Video zeigen, wie du unterschiedliche Tools verwendest, solche Tools beispielsweise wie KDP Rocket, heute auch genannt Publisher Rocket. Es soll darum gehen, wie man Buchtitel analysiert und wie man die richtigen Keywords findet. Übrigens, wenn du mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann schau auf jeden Fall auch nochmal in die Videobeschreibung. Ich habe dir dort einen Kanal verlinkt, mit dem ich jetzt kooperiere. Dieser Kanal nennt sich Content Manufaktur. Er publiziert alle möglichen Videos rund ums Thema Amazon Kindle. Ich wollte mich übrigens bedanken, weil wir es jetzt schon geschafft haben, den Kanal doch schon ordentlich zu skalieren. Ich habe auch mit der Person hinter Content Manufaktur geschrieben und er hatte sich auch bedankt. Also auch nochmal Danke an euch von ihm, denke ich mal. Schaut auf jeden Fall euch den Kanal an, lasst vielleicht ein Abo da, ist wirklich ein toller Kanal. Aber nun wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem Tutorial. Wie genau entwickelt man eine profitable Kindle-E-Buch-Idee? Über diese Fragen würde ich gerne mit dir hier in diesem Video sprechen. Und ich möchte dir eine Schritt-für-Schritt-Einleitung geben, mit der du deine erste profitable Nische findest, mit der du deine erste Buch-Idee generierst. Zuallererst sei schon mal folgendes gesagt, ob du nun dein Buch selbst schreibst oder ob jemand anders für dich das Buch schreibt, ist eigentlich in diesem Fall relativ irrelevant. Das A und O ist erstmal, dass du überhaupt eine profitable Idee hast. Nämlich nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, du schreibst ein Buch und dieses Buch verkauft sich einfach nicht. Dann ist es komplett irrelevant, ob jemand anders für dich das Buch geschrieben hat oder ob du das Buch geschrieben hast. Vielleicht hast du für jemand anders viel Geld ausgegeben oder wenn du es selbst geschrieben hast, hast du viel Zeit investiert und jetzt kommt aber einfach gar nichts raus. Zuallererst schauen wir uns mal an, welche unterschiedlichen Schritte wir durchlaufen sollten, um eine profitable Idee zu finden. Und dann wollen wir uns mal ganz praktisch anschauen an einem Beispiel, wie man so eine Idee findet. Zuallererst ist schon mal folgendes wichtig, du musst für dich selbst klären, kannst du das Buch schreiben oder soll jemand anders für dich das Buch schreiben. Dann, wenn du praktisch das für dich geklärt hast, musst du dir folgendes überlegen, nämlich die ganzen Themen, die ich in meinem Kopf habe. Das sind natürlich nicht alle Themen, die es gibt. Zum Beispiel, ich kann über Themen schreiben wie Geld verdienen oder wie Online-Kursen oder wie man Kindle-Business aufbaut. Ich kann auch über Motivation, Disziplin schreiben und so weiter und so fort. Aber dann hört es auch schon langsam bei mir auf. Nämlich, solche Themen wie zum Beispiel Programmierung oder Design oder was auch immer, darüber kann ich nicht schreiben. Ich könnte zum Beispiel auch ganz, ganz schlecht Kochbücher entwickeln, weil ich mich nicht gut mit Kochen auskenne. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, gut, ich kenne mich zum Beispiel mit dem Thema Hundeerziehung aus, ich kenne mich mit dem Thema, sagen wir mal, ja, was könnte es noch sein, Marketing aus und möglicherweise noch mit dem Thema E-Bücher schreiben. Bloß, ich kenne mich mit ganz, ganz vielen anderen Themen nicht aus, dann musst du dir diese drei Begriffe oder wie viele Begriffe auch immer du hast im Hinterkopf behalten und dann dir überlegen, okay, wenn ich praktisch diese drei Begriffe mir anschaue, sind diese Begriffe profitabel? Wenn es die nicht sind, dann muss natürlich dazu übergehen, dass dir jemand anders ein Buch schreibt. Nämlich, wenn deine Begriffe, die du praktisch in deinem Kopf hast, mit denen du dich auskennst, möglicherweise sich auf Amazon Kindle nicht lohnen, dann können wir halt dagegen nichts machen. Ich würde jetzt da nicht sich selbst versuchen einzureden, ja, ja, das wird schon irgendwie, nein, wir wollen dann wirklich nur profitable Ideen generieren und diese auch dann umsetzen. So, der zweite Punkt ist der folgende, nämlich, ich würde dir vorschlagen, folgendes Tool zu verwenden, das nennt sich heute Publisher Rocket, früher hat es sich da mal KDP Rocket genannt. Du kannst natürlich auch jegliches andere Keyword-Tool verwenden, aber mit diesem Tool kannst du praktisch dir unterschiedliche Keywords anschauen und kannst dann halt sehen, ob diese Keywords profitabel sind oder nicht. Wir wollen uns gleich das Ganze mal praktisch anschauen. Dann wollen wir auch nochmal in Google Trends reingehen und uns mal ganz generell anschauen, ob denn überhaupt dieses Thema interessant ist. Das heißt, wenn zum Beispiel das Thema auf Amazon sehr interessant ist, dann ist das schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage. Bloß, was für uns wichtig ist natürlich, dass dieses Thema nicht auf dem absteigenden Ast ist, weil nämlich das Tool KDP Rocket kann dir wirklich nur zeigen, wie relevant das Thema jetzt gerade ist. Es kann dir aber nicht zeigen, in welchem Verhältnis es vielleicht steht zur Vergangenheit und wohin es vielleicht in der Zukunft gehen könnte. Nämlich, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, wir machen ein Buch über etwas, was früher mal populär war und jetzt gerade so am Abebben ist. Dann könnte man im jetzigen Zeitpunkt denken, naja, gut, das lohnt sich ja immer noch so ein bisschen. Bloß, wie die Zukunft aussieht, das ist dann wahrscheinlich relativ unschön. Und das Buch könnte sich dann nach ein paar Monaten oder ein paar Jahren einfach nicht mehr lohnen. Wir wollen Evergreen Bücher erstellen. Das heißt, Bücher, die sich im Long Term weiterhin lohnen und die uns jeden Monat Passivgeld einbringen. Und dann nochmal wollen wir uns den 10.000er Rang anschauen und das 10.000er Ranking, was es genau bedeutet, das schauen wir uns gleich noch an. Jetzt gehen wir erstmal kurz in KDP Rocket rein. Heute nennt sich das Ganze, wie gesagt, Publisher Rocket und wir schauen einfach mal einen Suchbegriff nach und gucken dann nach einer profitablen Idee in dieser Nische für diesen Suchbegriff. Ich habe mal für uns das Keyword Business eingegeben. Nämlich, hier in KDP Rocket haben wir einige Optionen. Wir können hier oben jederzeit auf Keywords klicken und können dann ein Keyword nachschauen. Dieses Keyword wird dann praktisch hier von KDP Rocket direkt nachgeschaut und wir können dann, indem wir hier auf der rechten Seite auf Analyze klicken, zum Beispiel hier, können wir sehen, wie profitabel dieses Thema ist. Und wir sehen hier alle möglichen Daten, alle möglichen Zahlen. Was genau sehen wir denn aber hier wirklich? Nämlich, wir haben zum einen die sogenannten Number of Competitors, das heißt einfach nur deine Mitbewerber, das heißt, wie viele Bücher gibt es in dieser Nische, dann der Durchschnittsverdienst von den Top-Büchern in diesem Bereich, das heißt, wie viel Geld machen die Top-Bücher in dieser bestimmten Nische, dann Google Searches per Month, das heißt, wie oft wird auf Google dieses Thema nachgeschaut, also praktisch dieses Keyword hier drüben immer, dann Estimated Amazon Searches per Month, das heißt, wie oft wird dieses Thema auf Amazon nachgeschaut und dann nochmal der sogenannte Competitive Score. Was genau ist das? Der Competitive Score ist einfach nur ein Richtwert, der es uns erlaubt zu sehen, wie schwer es möglicherweise ist, in einer Nische Fuß zu fassen. Zum Beispiel, wenn du einen sehr hohen Competitive Score hast, ist es sehr schwer, in dieser Nische sich selbst zu etablieren. Wenn du einen sehr geringen Competitive Score hast, dann ist es sehr einfach, sich in dieser Nische zu etablieren. Man geht davon aus, dass man einen Competitive Score, also praktisch von nicht mehr als 60 eigentlich haben sollte, der Competitive Score reicht von 100 bis, von 1 bis 100, das heißt, ein Competitive Score von 100 ist extrem, extrem schwer, so eine Nische, dort reinzukommen. Ein Competitive Score von 1 ist halt ein sehr geringer Competitive Score und da ist es dann ziemlich einfach, in diese Nische reinzukommen. Genau, schauen wir uns das Ganze mal an. Mein persönlicher Tipp an dich ist immer, dass du dir auf jeden Fall eine Nische suchen solltest, wo der Competitive Score geringer ist als 60. Zum Beispiel hier können wir mal rumschauen, ob wir ein paar finden, wo der Competitive Score geringer ist als 60. Zum Beispiel dieses hier, dieses, diese, diese Nische, diese Nische hier, diese, diese und möglicherweise diese hier auch noch. Genau, schauen wir uns doch einfach mal an, was denn das hier für Bücher sind. Zum Beispiel hier, mit dem hier, 29 ist ein sehr geringer Competitive Score, aber auch die Average Monthly Earnings sind sehr gering, nämlich nur 65 Dollar. Meine Regel ist immer, dass ich einen Competitive Score von weniger als 60 haben möchte, aber Earnings von mehr als 200 Dollar im Monat, weil das dann sich für mich auch lohnt. Zum Beispiel nehmen wir mal an, jemand anders schreibt für mich das Buch und ich zahle dieser Person 500 Dollar für das gesamte Buch. Das heißt, ich gehe davon aus, dass da drin ist, dass die Person das Buch geschrieben hat, dass wir ein Cover haben erstellen lassen, dass jemand das Buch formatiert hat und so weiter und so fort. 500 Dollar für alles zusammen. Ich denke, das ist relativ realistisch. Und wir machen jetzt hier mit dem Buch 200 Dollar pro Monat. Wann haben wir den ersten Profit? Klar, nach zweieinhalb Monaten. Da sind wir dann am Break-Even-Punkt und alles danach ist dann praktisch ein Profit, den wir generieren. So, was haben wir noch so an Nischen? Nämlich diese beiden hier wären vielleicht gar nicht mal so uninteressant. Bloß, hier müssen wir wieder aufpassen, nämlich es handelt sich hierbei um Eigennamen von einem Buch, nämlich hier steht Business Boutique und einem Business Boutique Christy Wright. Also, ich gehe mal davon aus, dass Christy Wright dieses Buch Business Boutique geschrieben hat. Dann darunter können wir auch nochmal schauen, gibt es hier weitere interessante Begriffe. Business Budget, das Durchschnittsbuch macht 3 Dollar, das lohnt sich auch nicht. Das hier wäre auch wieder ganz interessant, bloß hier handelt es sich auch wieder um einen Eigennamen. Das darunter wäre auch wieder sehr interessant, Business Aviation, bloß ich kann mir gut vorstellen, dass es sich hierbei auch wieder um einen Eigennamen handelt. Und dann darunter haben wir auch wieder etwas, worum es sich um einen Eigennamen handelt. Und das hier 4Dummies, das ist wie gesagt eine Brand, also auch dürfen wir das eigentlich nicht kopieren, weil du dürftest jetzt zum Beispiel nicht dieses Buch nennen, das du jetzt schreibst, Business 4Dummies, weil ich glaube 4Dummies ist halt geschützt. Das heißt, wenn du das auf deinem Buch draufschreibst, dann wäre das nicht korrekt. So, wir können ja nochmal schauen, ob es hier eine weitere Nische gibt, die uns vielleicht interessieren könnte. Es gibt, denke ich mal, hier bestimmt irgendwo Nische. und mal schauen, ob wir da was Interessantes dabei haben. Zum Beispiel hier haben wir eins, was ganz interessant ist. 56 ist der Score. 596 macht das Durchschnittsbuch. Und der Buchtitel ist Business Data Science. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein tolles Buch zum Thema Business Data Science machst, kann es gut sein, dass du damit hier an diese 596 Euro rankommst, wenn nicht sogar mehr machst. Zum Beispiel nehmen wir mal an, mich würde jetzt dieses Thema hier interessieren, dann klicke ich hier rechts auf Check Competition und kann mir jetzt genau anschauen, wer denn eigentlich mein Competitor hier in dieser Nische ist. Das wird jetzt ein bisschen laden. Hier wird ein paar Sekunden dauern, bis wir das alles, genau, als Übersicht haben. Bloß dann können wir halt sehen, welche Themen sich wirklich lohnen oder welche Bücher sich hier wirklich lohnen. Und hier sehen wir halt diese ganzen unterschiedlichen Bücher und können hier auch lernen, wie viel Geld diese Bücher derzeit im Monat machen. Zum Beispiel dieses hier macht 338, dieses hier macht 959, dieses hier macht 1239 und so weiter und so fort. Und zum Beispiel hier diese Bücher, die halt sehr gut performen, nennen sich auch einfach Data Science for Business und nicht irgendwie Storytelling with Data. Sondern hier geht es halt wirklich nur straight um das Thema Data Science for Business. Und wir sehen hier, das Buch macht wirklich gutes Geld. Die ja drunter machen auch alle sehr gutes Geld. Und das wäre zum Beispiel eine Nische, wo ich mir sage, gut, da lohnt es sich wirklich reinzugehen, weil halt die Bücher alle eigentlich sehr, sehr gutes Geld machen. Hier haben wir vielleicht mal einen Ausreißer. Bloß alle Bücher machen eigentlich ziemlich gutes Selbstgeld. Und selbst wenn das Buch vielleicht nur 120 Dollar macht, also nehmen wir mal an, das performt jetzt nicht so gut und es macht tatsächlich nur 120 Dollar, dann bräuchte ich ja praktisch vier Monate, um den ersten Profit zu machen. Oder viereinhalb, sag ich jetzt mal, um sofort den ersten Profit zu machen. Und das wäre für mich auch noch okay. Also ich will grundsätzlich nicht länger eigentlich warten, als ein halbes Jahr, bis ich meine ersten Profite mache, weil mir dann einfach das Risiko zu sehr wächst. Und vor allen Dingen, weil mein Ziel es natürlich ist, möglichst schnell mit den Büchern Profit zu machen, um neue Bücher produzieren lassen zu können. Nämlich, wenn ich zum Beispiel jetzt sofort mir, sag ich jetzt mal, 100 Bücher machen lasse und 100 Bücher a 500 würde mich natürlich dann insgesamt 50.000 Euro kosten. Und ich denke mal, viele von euch und auch so auch ich, ich würde jetzt nicht einfach 50.000 Euro oder man kann nicht 50.000 Euro einfach mal so in Bücher investieren. Genau deswegen wäre mein Tipp halt an dich, suche die Nischen, wo du ganz, ganz schnell das Geld wieder reinbekommst mit dem Buch und dann fang sofort an, sobald du das Geld wieder reinbekommen hast, neue Bücher zu produzieren. Dass das halt wirklich ein Zyklus wird. Wir sehen hier, dass die ganzen Bücher sich eigentlich sehr lohnen und wenn du jetzt zum Beispiel mehr über das Buch wissen möchtest, klickst du einfach hier auf Check It Out und dann kannst du dir, wie gesagt, das Buch direkt auf Amazon anschauen. Aber das A und O für dich ist halt, diese unterschiedlichen Nischen dir mal anzuschauen und zum Beispiel dieses hier, Business Data Science, scheint sehr interessant zu sein. Guck dir dann die unterschiedlichen Bücher an und überleg dir, wie wurden die Bücher geschrieben, also welche Themen wurden behandelt und wie kann ich das besser machen. Das heißt, wie kann ich ein Buch schreiben, das besser ist, als all diese Bücher hier. Das ist für mich persönlich das A und O, das schaue ich persönlich immer sehr gerne nach und das ist halt der Fokus von mir, dass ich probiere, immer das Buch ein wenig besser zu machen als das von meinen Mitbewerbern. Jetzt gehen wir aber nochmal über zu praktisch einem weiteren Tool, einer weiteren Plattform und schauen uns einfach mal an, wie man über Google Trends nochmal das Thema analysiert und ob dieses Thema sich vielleicht im Long Term lohnt oder möglicherweise doch nicht. In Google Trends machen wir jetzt nochmal genau dasselbe. Wir geben jetzt hier den Begriff ein, der uns sehr interessiert. Wir hatten ja gerade uns angeschaut, dass Business Data Science möglicherweise ein interessanter Buchtitel sein könnte. Das heißt, wir machen jetzt hier folgendes, wir geben ein Business Data Science und dann können wir uns mal anschauen, wie populär tatsächlich dieser Begriff hier ist und wir sehen, dass wenn man sich das Ganze mal anschaut, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, dass dieser Begriff doch schon sehr populär ist, nämlich man vergleicht ja immer hier 0 bis 100 und wenn ein Begriff zum Beispiel wie hier relativ nah an 100 zum Beispiel dran ist oder halt wie gesagt relativ nah am oberen Drittel zumindest ist, dann ist es eigentlich ein sehr populäres Thema und zum Beispiel jetzt in diesem Falle ist es ein sehr populäres Thema. Wir können das Ganze auch übrigens uns anschauen für unterschiedliche Bereiche auf der Welt. Wir können zum Beispiel auch Worldwide eingeben, wenn wir uns zum Beispiel sicher sein wollen, dass es auch weltweit ein populäres Thema ist und wir sehen hier, aha, es ist weltweit ein sehr populäres Thema. Wenn wir beispielsweise das Buch nur im deutschsprachigen Bereich verkaufen können, können wir zum Beispiel eingeben Germany und danach natürlich auch noch mal weitere deutschsprachige Länder und in Deutschland zum Beispiel ist dieses Thema und das ist wieder ganz interessant nicht so populär. Das heißt, in Deutschland wäre es natürlich dann ein deutscher Begriff, das heißt, hier würde man wahrscheinlich dann eingeben, sowas wie, ja, obwohl Business Data Science ist wahrscheinlich auch sehr internationaler Begriff, müsste man mal schauen, ob es dafür einen guten deutschen Begriff gibt. Aber zumindest weltweit wissen wir schon mal, dass dieser Begriff hier sehr populär ist und übrigens, dass dieser Begriff auch im Long Term höchstwahrscheinlich sehr populär ist. Wir können es hier mal anschauen, wie das Ganze so in den letzten 5 Jahren aussah, ob das Thema populärer wurde oder weniger populär. Perfekt, dieses Thema hier wurde immer populärer. Noch vor, naja, sagen wir mal 5 Jahren war es eigentlich relativ wenig populär, nämlich wir sehen hier, dass es gerade mal einen Score von 23 hatte, bloß dann mit der Zeit ist es jetzt zu einem der populärsten Themen überhaupt geworden, nämlich von 85. Und genau sowas wäre natürlich etwas, wonach ich suche. Nämlich ich weiß, dass auf Amazon sich das Ganze lohnt, das Interesse scheint global immer mehr zu steigen und da Amazon ja eine globale Firma ist und überall in der Welt verkauft und überall größer wird, ist es natürlich sinnvoll, genau um solch eine Nische ein Buch zu platzieren, weil dann Leute vielleicht über Amazon dieses Buch kaufen. Heißt also genau, sowas meines Erachtens solltest du auf jeden Fall tun. Einfach mal schauen, wie populär ist dieses Thema und dann mit der Zeit, wie populär ist das Thema geworden beziehungsweise wie unpopulär ist das Thema geworden. Übrigens, du kannst das Ganze, wenn du jetzt zum Beispiel mehrere Ideen hast und du siehst, sagen wir mal, in deinem KDP Rocket Tool, siehst du, dass es mehrere Themen gibt, die dich interessieren, dann kannst du natürlich hier nochmal diese Themen hinsichtlich des Interesses miteinander vergleichen. Das heißt, wir klicken hier wieder auf Compare und dann können wir zum Beispiel hier eingeben, sagen wir mal Business Strategy. Business Strategy und dann sehen wir, welches Thema denn hier populärer ist und aha, tatsächlich wäre jetzt hier zum Beispiel Business Strategy populärer. Das setzt natürlich aber voraus, dass Business Strategy auch in KDP Rocket eine gute Option ist. Das heißt, wenn es das nicht ist, kann ich es natürlich nicht vergleichen mit Business Data Science. Das heißt, wichtig ist, dass KDP Rocket, das ist der erste Schritt und dann der zweite Schritt ist zu sagen, gut, dann gucken wir uns diese Themen, die in KDP Rocket sich lohnen, auch nochmal hier an. Wir können es ja mal mit einem weiteren Brief hier vergleichen. Sagen wir mal, wir nehmen auch noch Business Analysis. Mal sehen, welches Thema jetzt hier am populärsten ist. Business Analysis und wir sehen, ui, diese beiden Themen sind eigentlich sehr ähnlich populär und im Gegensatz zu Business Data Science sind diese Themen viel, viel, viel populärer. Aber gut, das war es dann erstmal hier für diesen Teil. Jetzt schauen wir uns gleich nochmal ein kurzes, vielleicht etwas Wichtiges an, nämlich es soll darum gehen, ob dein Buch unter den Top 10.000 Büchern ist oder nicht. Das schauen wir uns jetzt an. Das Letzte, was ihr außerdem noch tun solltet, ist, ihr solltet einfach mal in das Buch reingehen, das sich derzeit am besten in dieser Nische verkauft. Schaut euch das Buch an, lest euch ein bisschen durch, was dieses Buch zu so einem tollen Buch macht, geht dann aber auch nochmal in die Beschreibung von diesem Buch rein und ich habe jetzt hier mal zum Beispiel für Business Data Science habe ich jetzt einfach mal das Top Buch mir hier rausgesucht. Dies ist praktisch der Bestseller in diesem Bereich und wir wollen vor allen Dingen auf dieses Ranking hier unten achten, nämlich auf den Amazon Bestseller Rank und für uns ist folgendes wichtig, nämlich wenn das Top Buch unter den Top 10.000 Büchern ist, dann ist es auf jeden Fall eine Nische, in die wir reingehen wollen, weil hat diese Nische an sich schon auf Amazon sehr populär ist, weil wenn ein Buch praktisch ein Bestseller ist in dieser Nische und diese Nische an sich hat praktisch ein Buch, das sehr, sehr populär ist, dann wird natürlich auch diese Nische sehr viel Traffic auf Amazon anziehen und es kann gut sein, dass dann halt dein Buch sich auch gut verkaufen wird und zum Beispiel hier für dieses Buch praktisch Business Data Science ist praktisch das Bestseller Buch unter diesen Top 10.000 und das ist perfekt, nämlich es ist derzeit Nummer 3090 und genau nach sowas suchen wir. Das ist wie gesagt der letzte Schritt und wenn du also nun über KDP Rocket ein gutes Tool, über dieses Tool praktisch ein gutes Buch gefunden hast, das Thema nachgeschaut hast über Google Trends und das Buch, das Bestseller Buch unter den ersten Top 10.000 ist, dann wie gesagt, ist das eine tolle Nische, dann solltest du dort wie gesagt ein Buch in dieser Nische schreiben beziehungsweise schreiben lassen. Aber gut, das war es nun hier für dieses Video. Vielen, vielen Dank, dass du dir angeschaut hast und ich hoffe, dass wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen können.